Hallo, hier ist Gudrun von StempElfe. Ihr Lieben, der Ausverkauf aus dem Mini-Katalog Januar bis Juni steht bevor. Ab dem 1. Juni, also ab Dienstag um 20 Uhr ist einiges reduziert aus dem Mini-Katalog. Die Ausverkaufsliste, die könnt ihr euch auf meinem Blog ansehen. Ich zeige euch jetzt nur die reduzierten Produkte. Am Dienstag bestellt ihr dann am besten im Onlineshop. Da seht ihr auch gleich ob alle Produkte noch LD sind. Wenn ihr im Onlineshop bei einer Stelle unter 200 Euro meinen Gastgeberinnencode nutzt, erhält ihr im nächsten Monat ein kleines Geschenk von mir. So, auf der Seite 7 ist das Projektset fabelhaft um 50% reduziert. Das heißt, es kostet nur 18 Euro. Dann aus der Seite 9, das Bruckmetli Blühender Kaktus ist auch um 50% reduziert. Kostet jetzt 42,50 Euro. Und das Nachwitzset dazu ist auch um 50% reduziert. Kostet 22 Euro. So, dann Seite 11. Da ist auch endliches reduziert. Fangen wir an mit dem Metallic-Folienpapier für in meinem Herzen. Dieses hier. Das ist um 20% reduziert. Bekommt ihr es für 9,60 Euro. Dann die Leckereien-Schachteln. Die sind um 50% reduziert. Kosten jetzt nur noch 5,50 Euro für 10 Schachteln. Dann das besondere Designerpapier für in meinem Herzen. Das ist das Metallic-Papier. Das ist auch um 50% reduziert. Bekommt ihr für 9 Euro. Dann das Designerpapier Ware Liebe. Ist um 50% reduziert und kostet 7 Euro. So, dann kommen wir auf Seite 13. Das Stempel-Set Forever & Always ist um 50% reduziert und kostet nur noch 11 Euro. Ich zeige euch jetzt eigentlich nur die deutschen Stempel-Sets. Aber wenn es das Stempel-Set nur in Englisch gibt, dann zeige ich euch das auch, wenn es reduziert ist. Aber das kostet jetzt noch 11 Euro. Die Stanzformen sind auch um 50% reduziert. Kostet 20 Euro. Dann sind wir auf Seite 14,15. Die Stanze Küsschen. Sie ist 50% reduziert und kostet noch 11 Euro. Dann das Stempel-Set dazu. Hearts & Kisses. Minus 25% Rabatt. 17,25 Euro. Und dann das Stempel-Set ganz viel Herz. Genauso wie die Stanzformen dazu. Reihenweise Herzen. Jeweils 50% reduziert. Das Stempel-Set kostet jetzt 10,50 Euro. Und die Stanzformen 22 Euro. So weiter geht es auf Seite 16. Der Valentins-Schatz ist um 25% reduziert und kostet 16,50 Euro. Und das Karten-Set Karten und mehr Valentins-Tagsgrüße ist 25% reduziert und kostet nur noch 7,80 Euro. Dann verlassen wir uns die Kängurus. Stempel-Set ist leider nicht reduziert, aber die Stanzformen um 50% kostet jetzt 15 Euro. Dann kommen wir zum Hotel in den Park. Das wird ja übernommen in den neuen Katalog. Da ist nur das Design der Papier reduziert, aber gleich um 50% auf 7 Euro. Dann die Blooming-Wünsche. 25% reduziert auf 20,25 Euro. Und die Stanzformen dazu. 50% reduziert auf 19 Euro. Dann kommen wir auf Seite 23 zum Stempel-Set schön schwungvoll. Ist 50% reduziert auf 10,50 Euro. Und auch die Stanzformen mit Schwung sind reduziert und 50% auf 17,50 Euro. Beim Löwenzahngarten ist auch einiges reduziert. Erstmal das lasergeschnittene Papier Löwenzahnwiese. 50% auf 7 Euro. Dann das Kartensortiment Erinnerung und mehr Löwenzahngarten ist auch um 50% reduziert auf 6 Euro. Dann haben wir die Metallaccessoires Marienkläfe. Die kosten jetzt nur 4,50 Euro statt 9 Euro. Das geflockene Leinwand 50% reduziert auf 4,25 Euro. Und das Designpapier Löwenzahngarten ist auch um 50% reduziert. Kostet nur noch 7 Euro. Dann kommen wir auf Seite 29. Die perfekten Pinselstriche sind 50% reduziert auf 12,50 Euro. Genau wie die Stanzformen wie gemalt. Minus 50% auf 20,50 Euro. Dann kommen wir auf Seite 31 zu den Blumen voller Freude. Das finde ich total schade, dass die rausgehen. Das Stempelset kostet jetzt nur noch 11,50 Euro reduziert. Und die Stanzformen herrlich blumig. Auch minus 50%, 19,50 Euro kosten jetzt noch. Dann Seite 32,33. Produktreihe Kunstvoll Floral. Da ist zuerst mal das besondere Designacetat Gartengold reduziert. Um 35% und das sind 7,15 Euro. Und dann das Designpapier Kunstvoll Floral. Das kostet auch nur 7,50 Euro reduziert. Dann geht es weiter auf Seite 36. Das ist eine Stanzform von verborgene Schönheit. Minus 50% kostet jetzt noch 22,50 Euro. So kommen wir auf Seite 43 zu den Flamingos. Die gehen ja leider auch aus. Der Stempel ist 25% reduziert. Der Stempel kostet 15,75 Euro. Und die Stanzformen Flamingos sind um 50% reduziert. Kostet jetzt 15 Euro. Dann kommen wir auf Seite 46,47. Bei dem Hain, da sind nur die Stanzformen reduziert. Um 20% kostet jetzt 24,50 Euro. Das Stempel-Set ist noch zum regulären Preis erhältlich. Dann Osnip, das Stempel-Set. Um 50% kostet jetzt 12,50 Euro. Bei der Eisdiele wird ja fast alles übernommen, bis auf Papier und die Streusel. Die Streusel sind reduziert. Um 40% kosten jetzt 4,35 Euro. Die sind der Papier leider noch nicht reduziert. Seite 51. Das Stempel-Set Stilvoller Geburtstag ist 50% reduziert. Kostet 14,50 Euro. Und die Stanzformen dazu, Geburtstagseleganz, sind auch um 50% reduziert. Und kostet noch 20,50 Euro. Seite 53. Woodland Wonder. Das ist 50% reduziert auf 10,50 Euro. Kommen wir zur Schnecken-Post. Die ist ja leider auch nicht mehr im neuen Katalog übernommen worden. Der ist schade. Da sind nur die Herz-Accessoires in Herzform reduziert. Um 50%, die kostet jetzt 4,25 Euro. Das Stimpel-Set Blütenzart ist um 50% reduziert auf 10,50 Euro. Und die Stanzformen Spitzenblüten um 50% auf 19,50 Euro. So, Seite 60. Ist das Stempel-Set Wonderful As You. Das geht auch raus. Minus 25%, 18 Euro kostet es jetzt noch. So, die Floating & Fluttering des Stempel-Set. Das Stempel-Set. Um 50% reduziert. Kostet noch 10,50 Euro. Und die Stanzformen dazu, schöner Schwarm. Auch 50% reduziert auf 21,50 Euro. Dann auf Seite 62. Das Stempel-Set Moderne Ranken ist um 25% reduziert auf 21,50 Euro. Die Stanzformen dazu, Ranken & Blüten sind 50% reduziert auf 23,50 Euro. Dann auf Seite 63. Back-to-Back Blooms. 50% reduziert auf 12,50 Euro. Dann Seite 66,67 wie Maß geschneidert. Da geht die Kordel raus. Und die ist um 50% reduziert. Kostet jetzt noch 4,25 Euro. Und das Designer-Papier geht auch raus. Kostet jetzt nur 7,50 Euro. Also die Designer-Papier lohnt sich jetzt wirklich. Ist richtig viel reduziert. So, dann Seite 68. Stanzformen auf der Range sind um 50% reduziert auf 17,50 Euro. Dann geht's. Auf Seite 70. Der Stempel-Set. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie das ausgesprochen wird. So... So confidently. Sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Das ist um 20% reduziert. Kostet 18,40 Euro. Auf Seite 71. Die Treasures of Life sind um 20% reduziert auf 22,40 Euro. Dann Hot Dog, der Stempel-Set. Ist auch um 50% reduziert und kostet nur noch 10,50 Euro. Und ich glaube, das war's. Wir haben einen durch. Ja, das war's. Ja. Also ihr seht, es ist etlich reduziert. Ihr müsst allerdings Dienstag schnell sein, um eure Wunschprodukte noch zu bekommen. Bestellt am besten im Onlineshop. Ich kann auch gerne für euch mitbestellen, aber ich kann nicht garantieren, dass ihr alle eure Produkte noch bekommt. Und wie gesagt, die Ausverkaufsliste findet ihr auch auf meinem Blog. Das war's heute von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017